Hi Tanzwirties! Heute reden wir über das Thema Traubenzucker. Können Sie sicherlich reden von euch. Traubenzucker, das ist der neue, das ist der super Energiespender, falls ihr mal auf ihr seid oder so. Wenn ich schnell Energie mache, dann am besten Traubenzucker nehmen. Und damit bekommt ihr schnell wieder Energie. Entschuldigung. Ja. Jetzt heißt es in Traubenzucker Dextrose drin. Das geht sofort in den Blut rein und auch, damit kommt sofort Energie bei euch rein. Und damit seid ihr auch wieder sofort wieder alt. Dann könnt ihr sofort wieder loslegen. Das Isofar ist halt so ein sofort Energiespender, so einen Traubenzucker habe ich auch immer mit dabei. Vor allem mein Training, halt jetzt wie jetzt hier halt. Ist halt transportabler als, sage ich mal, jetzt so ein paar Müslügel mitzunehmen. Obwohl Müslügel auch gut ist, vor allem wenn sie selbst gemacht sind und mit Chiasamen zum Beispiel sind. Ja und zum Thema Traubenzucker, da werde ich auch halt noch einen Artikel schreiben und den werde ich dann veröffentlichen und dann mit mir eine Semide verlinken. Da habe ich jetzt auch das Verstehebereich gesagt mit Traubenzucker. Ja, zum Thema Zucker, ja gut, da habe ich auch schon einen Artikel geschrieben. Zucker sollte ich auf jeden Fall nicht so viel nehmen, weil Zucker ist nicht so gut für eure Gesundheit. Weil es kann hinterher ganz bloß enden. Wie zum Beispiel halt auch, dass ihr Zuckerkrank bekommt, also Diabetes oder halt auch, das kann auch Krebs fördern und Übergewicht und Demenz auch. Also das Zucker sollte auf jeden Fall ein ganz kleiner Bestandteil eurer Lebensmittel, eurer Ernährung sein. Ihr sollt viel besser viel Obst essen, viel Gemüse und auch, und halt ganz unten sollte halt süße Süßigkeiten stehen. Ich weiß, Süßigkeiten wie Schokolade und Co. und so Speklatis wie jetzt in Weihnachtszeit und so schminkend sehr lecker und sind super knusprig, bla bla bla, schlemm, 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 schlemm. Aber wie gesagt, ist zu wenig Zucker wie möglich, weil dann bleibt ja auch gesund und in Gesundheit ist natürlich das gut. Und ich verlinke auch zum Artikel, wie gesagt, zum Traubenzuckerartikel und auch zum Zuckerartikel, da habe ich ja glaube zwei Artikel zugeschrieben, zum Thema Zucker und Traubenzucker, das ist noch in Arbeit, wird dann auch geschrieben. Sag ich mir bis zum nächsten Mal und dann bleib fit, ganz fit jetzt und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Falls ihr das Video gefallen habt, dann hoffen, sich doch runter und dann müssen. Ciao.